Die Leute, die vielleicht mal mit dem Mod spielen, wollen auch mal mit dem Mod spielen können. So. Ich finde das so genieb. Ich meine, da kannst du Coax richtig mal ausprobieren, so ein Modpack, wenn du willst. Hab ich im Haus beim Dorf auch gemacht. Teppich? Naja, warum eigentlich, ne? Oh, apropos Teppich. Ich brauch jetzt sowieso viel Teppich. Ja, komm. Pass mal auf, ich hab Bank, ja? Ist der scheiß Brot. Danke. Weißt du was? Ich nehm noch ein bisschen Eichenholz mit, sicherheitshalber. Wie mach ich das dann am besten? Oh, ich soll mir jetzt nochmal schnell schieben und dann mach ich erstmal ne Pause hier. Eichenholz. 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 Ich find das immer lustig, wenn du sagst Pause. Naja, heute Abend um 21 Uhr gehst du auch weiter. Ich will jetzt nur erstmal. Ja, aber du sagst auch, wenn du jetzt das letzte Mal am Sonntag sagt, du machst jetzt einfach Pause und dann hast du am Freitag erst weitergekommen. Das ist lustig. Also es ist keine Kritik, ne? Falsch verstehe ich. Nö, ich streame halt mal, ist halt auch erst nur Freitags bis Sonntags, äh, Sonntags eigentlich. Ja, ich sag dann einfach, ja, ich hör auf für heute oder so. Mach ich ja nicht, heute Abend gehst du auch normal weiter eigentlich. Ja. Ja gut. Disconnect. Disconnect. Du hast das Spiel verlassen. Warum? You don't say, dass ich das Spiel verlassen hab. Verlass uns nicht. Ich muss das auf Glaber umschalten. Oh, ist dein Kaffee, ah. Hab ich eigentlich bei Pause, hab ich das auch drin in den Chat, gut. Jetzt bin ich kurz stumm gewesen. Hab ich nicht, äh, ne? Da mach ich den Chat auch nicht drin. So, irgendwas raus, Chat. Schade, dass man die nicht kopiert kann, weißt du? Bei OBS. Die, äh. Was kopieren? Ach, der findet auch jetzt schon, oh Gott. Was willst du kopieren bei OBS? Die, die Quellen. Das ist schade, dass man die nicht kopieren darf. Ah, ja, stimmt. Das, das wäre super, naja. Ähm, apropos, ähm. Tommy, wie weit bist du jetzt, jetzt kann man reden. Haha, wie weit bist du jetzt so genau so bei deinem, so Teil auch? Ich mach das erst mal den Stream aus und bis heute Abend dann. Sorry, irgendwas, was du zu gucken willst.